Gustave Courbet war ein französischer Maler des Realismus. Er war bekannt für seine unverfälschte Darstellung des Alltäglichen sowie für seine Provokationen. Courbet wurde 1819 im französischen Ornans geboren und wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Er widmete sich früh der Malerei und studierte kurzzeitig Rechtswissenschaft, bevor er sich endgültig der Kunst zuwandte. Als Hauptvertreter des Realismus in Frankreich entwickelte er einen einflussreichen Stil, malte dort ertragreiche Sehbilder und Porträts, knüpfte Kontakte mit Künstlern wie Claude Monet und stellte in Deutschland, Belgien und England aus, wobei er mehrfach ausgezeichnet wurde. Courbet hatte mindestens einen Sohn namens Alfred-Emile, jedoch verließ Mutter Virginie Binet, die Courbet regelmäßig modellstand, drei Jahre nach der Geburt, und nahm den Sohn mit. Sein Leben war geprägt von Reisen und politischem Engagement, einschließlich einer Gefängnisstrafe, da er für die Zerstörung der Vendôme-Säule mitverantwortlich gemacht wurde. Dafür wurde er zu sechs Monaten Haft verurteilt und ging dann ins Exil in die Schweiz. In seinen letzten Jahren litt er unter Gesundheitsproblemen und finanziellen Schwierigkeiten, bevor er 1877 bereits mit 58 Jahren an einer Herzschwäche und Wassersucht verstarb. Sein Malstil zeichnete sich durch eine direkte und unverfälschte Darstellung der Realität aus und lehnte dabei eine romantische Idealisierung ab. Seine zunächst dunkle und zurückhaltende Farbpalette wurde mit zunehmendem Alter immer wärmer und heller. Seine Motive wählte er aus der Welt, in der er aufgewachsen war – Menschen, Tiere und Blumen. Aber auch Landschaften und Meereslandschaften sowie Porträts und Selbstporträts gehörten zu seinem Repertoire. Unter seinen Werken ragen drei besonders heraus. Das erste ist »Die Steinklopfer«, ein Gemälde, das die harte Arbeit von Steinmetzen zeigt. Das Atelier des Künstlers ist ein beeindruckendes Werk, das Courbets persönliche und künstlerische Welt widerspiegelt. Und schließlich ist er noch »Ursprung der Welt«, ein provokantes Aktbild, das damals für Aufsehen sorgte und bis heute diskutiert wird. Sein Lebenswerk erstreckt sich über rund 500 Gemälde und zahlreiche Zeichnungen und Skizzen. Er ist eine Schlüsselfigur in der Kunstgeschichte, der die Konventionen seiner Zeit herausforderte und die Grundlagen für neue künstlerische Ausdrucksformen legte. Er ist eine Schlüsselfigur in der Kunstgeschichte, der die Konventionen seiner Zeit herausfordert. Er ist eine Schlüsselfigur in der Kunstgeschichte, der die Konventionen seiner Zeit herausfordert.